Bereits jetzt rufen wir zu unserem Vorgartenwettbewerb in 2023 auf. Eine Kategorie im Wettbewerb ist die erfolgreiche Umwandlung von Schottervorgärten in blühende und naturnahe Vorgärten. Solche naturnahen Vorgärten können einen wichtigen Beitrag leisten. Einen Beitrag zur Artenvielfalt, also zum Insektenschutz, dass Insekten, Nahrung und Unterschlupf finden. Aber auch einen Beitrag dazu, dass sich nicht immer mehr Flächen im Stadtgebiet aufheizen. Ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen beim Wettbewerb teilnehmen. Vielen Dank und viel Erfolg!